Ich bin Cedric Koch, ich mache einen Lehrersautomatiker bei der Zentralbahn Instanstadt. Meine Aufgaben sind Instandhaltungsarbeiten sowie Störungsbehebung an Schienenfahrzeugen. Am liebsten behebe ich Störungen, weil es sehr abwechslungsreich ist. Man weiss eigentlich nicht, was als nächstes kommt. Man hat ein gewisses Vorgang und das ist eigentlich sehr spannend, weil man immer etwas Neues hat zum Beheben. Auf der Zentralbahn finde ich cool, dass wir ein familiäres Verhältnis haben und sehr kollegial miteinander umgehen können. Nach der Lehre mache ich Berufsmaturität, das Militär und hoffentlich wieder hier arbeiten können. Ich bin Joscha Koller, komme vom Eieringen. Auf der Zentralbahn fertige ich Ersatzteile und die Lagerbestände ausfülle. Meine Hobbys sind Gerätturnen, Schiessen und Pfade. Pfade und im Turnen bin ich als Leitperson tätig. Für die Zentralbahn und die Lehre dort habe ich mich dafür entschieden, weil es fürgeblich ein Arbeitsplanplatz war. Ich habe gerne etwas gesucht, das in der Region ist. Mein Name ist Saskia Amstutz, ich bin in Zähne und komme von Buchs. Ich mache zurzeit meine Ausbildung zur Kauffrau im öffentlichen Verkehr mit der Laufbahnkunden. In der Freizeit bin ich sehr gerne in der Natur. Ganz besonders habe ich seit Kindhofen sehr gerne Berge, mache dort gerne Sport. Während der Ausbildung habe ich verschiedene Semester. Zwei Semester durfte ich im Büro Backoffice arbeiten und dort kaufmännische Tätigkeiten ausführen. Und jetzt bin ich in vier Semester, wo ich im Reisezentrum arbeite als Reiseberaterin und führe dort Verkaufsgespräche. Ganz besonders gefällt mir an meiner Lehre der Kundenkontakt. Jeden Tag arbeiten zu gehen, nicht zu wissen, was auf einen zukommt, welche Tätigkeiten man an diesem Tag ausführen wird, macht mir ganz besonders Spass. Am meisten schätze ich das familiäre Verhältnis, das wir hier pflegen. Nicht nur die Du-Kultur, die wir hier haben, sondern auch den täglichen Kontakt, den wir miteinander pflegen in der Pause nehmen. Man hat immer etwas Gutes miteinander zu reden und immer auch Spass dabei. Ich freue mich auch in Zukunft noch ein Teil der Zentralbahn zu sein und da mein erlernten Fachwissen anzuwenden und noch zu verbessern. Hallo zusammen, ich bin David. Ich mache die Lehre bei der Zentralbahn als Detailhandelsfachmann BV EFZ. Am Schalter bin ich in der Kundenberatung tätig. Das heisst, ich verkaufe hier Beileb, auch jemand, die mal eine Fahrplanauskunft geben. Und einfach schauen, dass die Kunden bereit sind für ihre Reise. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich schon seit Kind auf Freude an der Bahn habe. Und das ist natürlich naheliegend, etwas bei der Bahn zu machen. Und weil mir die Kundenberatung auch noch wichtig ist, ist das schlussendlich zum Beruf der Landessfachmann BV am Schalter gekommen. Ich verkaufe am liebsten internationale Billette, weil das ist halt immer noch etwas Herausforderung. Und da kann man vielleicht einen persönlichen Tipp mitgeben. Ich habe mich über die Lehre in der man, dann bin ich in der Bahn. Ich habe mich über das Café vom Geheimdorf-BV-G4-NU-NU-NU-N-NU.-NU. In den »BV-NU-NU-NU-NU.NU-NU-NU-NU.NU." Ich habe mich über die Lehre in der Bahn.